Herzlich Willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp, heute mit Steffen Harms, dem zukünftigen Trainer des USC Paluma. Hallo Steffen, alles klar? Alles in Ordnung, hi. Sehr schön. Wir tippen jetzt den nächsten Spieltag der Oberliga Hamburg und starten direkt mit der ersten Partie Tuss Dassendorf gegen SV Rugenbergen. Dein Tipp? Da nehmen wir einen Heimsieg, ein 3 zu 1 für Dassendorf. Die nächste Partie ist Condor gegen BU. Was tippst du da? Ich glaube, dass Condor da was reißen kann und BU ein 1 zu 1 abbringt. Dann hätten wir SC Viktoria gegen Kurslag Neuengambe. Wer wird die drei Punkte mitnehmen? Mein alter Verein Viktoria. Darf ich natürlich auch nicht gegen tippen, deshalb tippe ich ein 2 zu 0 für Viktoria. Dann empfängt der Niendorfer TSV Buxtehude. Was glaubst du, wie geht dieses Spiel aus? Klare Heimsieg 3 zu 0. Der VfL Pinneberg empfängt den FC Süderelbe. Was ist dein Tipp da? Da tippe ich auf den FC Süderelbe. Nehmen wir mal ein 1 zu 2. Sehr gut. FC Türke gegen Meindorf. Was glaubst du, wie wird dieses Spiel ausgehen? Ich glaube, dass Meindorf es tatsächlich noch sehr, sehr schwer haben wird. Und ich glaube, dass Türke auch da dann 2 zu 0 gewinnt. Heilsenbeek-Relling empfängt Altona 93. Wie geht dieses Spiel aus? Da springe ich meinem alten Kollegen Berki natürlich zur Seite und sage, der holt da einen Auswärtssieg. Nehmen wir dann nochmal das klassische 1 zu 2. Sehr schön. Concordia gegen Buchholz. Wer wird dieses Spiel für sich entscheiden können? Da glaube ich auch, dass Concordia tatsächlich gewinnt. Nehmen wir mal ein 3 zu 2. Und zu guter Letzt empfängt der SV Lurup den USC Paloma. Was glaubst du, wie wird dieses Spiel ausgehen? Da sollten meine Paloma-Jungs auch ein Sieg holen. Ich tippe auf ein 0 zu 6. Sehr schön. Vielen Dank.